Hör zu, wir müssen jetzt mal über Wanderhoff reden. Du weißt ja, dass er der Sponsor ist. Und du hast einen Vertrag unterschrieben, wo du ihm gewisse Rechte zugestehst. Wie zum Beispiel ein Spot in der Show. Eben da sehe ich die Sache leider ein ganz klein wenig anders. Egal, was im Vertrag steht, ich mache für niemanden Werbung. Tut mir leid, dass du so darüber denkst, doch Vertrag kommt von Vertragen. Ich mag mich ja irren, was Verträge angeht, aber für das große Geld lasse ich noch lange nicht in der Show die Hosen runter. Hm. Garth, du weißt, wovon ich rede, oder? Scheinbar macht keiner irgendetwas mehr, ohne sich bezahlen zu lassen. Und das finde ich wirklich traurig. Ich kann gar nicht mehr davon sprechen, so eine Kopfschmerzen kriege ich. Hier, nimm zwei von diesen. Ah, Nuprin. Zu den riesigen Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Apotheker. Hört zu, ihr könnt eine ganz große Nummer sein, wenn ihr mitzieht. Oder ihr haut wieder ab auf euer Kuhdorf. Also entscheidet euch. Ja, und die neue Generation entscheidet sich hierfür. Ach, ich weiß nicht. Ah.